Hier. Ah! Liebste, sehnlich vermisste Caroline, du fehlst mir unendlich, Liebste. Du fehlst mir jeden einzelnen Tag. Ist da jemand, der sich hier auskennt? Mama hat gesagt, wir sollen ihn bei euch drüben im Vorderhaus empfangen. Aber drüben riecht doch alles nach meinem Mann. Ja, Schiller. Ja, ich bin nicht so. 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 Ist das dein Code? Sagen Sie, Schiller, wann bekommen wir denn Aufklärung darüber, was zwei Schrägstriche, was einem Dreieck bedeuten? Ich glaube, dass wir beide, Charlotte, Sie und ich, noch zu Lebzeiten einer anderen Welt erleben werden. Ich liebe Sie beide. Caroline. Charlotte. Oh mein Gott, wir dringend! Du darfst nicht deinen Mariagent in danger, oder? Könnt ihr denn schwimmen? Nein! Nein! Was ist meine Frau? Ihre Frau schläft. So glückliches Paar wie Sie beide, das sieht man selten. Wer ist denn das oben? Die Frau hat mir einen Schwur alles heute geteilt. Er gehört doch zu mir. Es ist ihre Dreisamkeit, die Schiller stets wieder gesucht hat. Wer ist das wenn du dich? Untertitelung des ZDF, 2020